Hey-ho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIII. Still pretty far a great place for family living. So they say looks like it actually might be huh yeah well let's see don't have family listen to me kid I'm an orphan I barely got to know my family but someday I'm gonna have my own once I save Sarah and protect cocoon how exactly it's a good question I want to do what's right but everyone hates Lissi kind of hard to help someone that's trying to kill you it'll be tough but everything will work out in the end as long as we stay together and hold on to hope we don't have Also in letzter Zeit habe ich es ja mit einer Cutscene anzufangen Hm, Gegner Ja natürlich wird alles gut ausgehen, ihr seid ja in nem Game, hallo Na? Hm, 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 wusch Okay, da muss schon mal ein Item sein Immer wenn, äh, wenn man irgendwo hinten hingehen kann, muss da irgendwas sein Gegner? Okay Todesstern, hey Hey, Gegner, Schamanensiegel Gegner, oh nein, so ein Airbike, ach nö Oh, ich hasse diese Dinger Hey, Präventivschlag, okay, nein, das ist kein Problem Naja, ich dachte, der ist neu Irgendwann kommt so ein neues Viech, na, das ist wohl später Na, egal Ein Kampf mit Präventivschlag ist ein leichter Kampf Was nicht heißen soll, dass man ihn nicht dennoch verlieren kann, aber Chancen sind ja Gott sei Dank sehr gering und frisch Sehr schicke Stiefel Nein, wirklich jetzt, ich find die gut Thumbs up Für Snows Stiefel Würde ich auch tragen Wenn Snow, die passen, gibt's die schon noch in meiner Größe Gegner Hallo, ich will die KP, na, ist eigentlich auch egal Kommt noch genug Die da vorne zum Beispiel Juhu Ich würd so gerne springen Seht mich, los Boah, jetzt renn ich den hinterher Okay Kann ich nicht, oh Schon wieder Gegner? Ah, okay Habt ihr noch zufällig was? Nein Außer eine dunkle Ecke Zum Schämen Naja Ja Ich überlasse dir alles Nein, eigentlich schlecht, weil ich damit ja auch gemeint bin Ich meine, mich hier erinnern zu können, dass Ja, recht viele Todessterne hier rumfliegen Äh, ja Vergessen Eine Waffe für Hopp Ein Bumerang Vorerst werde ich den nicht benutzen Mal gucken Was denn noch so kommt Okay Ich weiß, was noch passiert Aha Ah Naja Gegner Nein Keine Keine Todesstände Gegner Und wo? Oh nein So ein dummes Was ist es eigentlich? Ich weiß es nicht Von da komme ich Okay Das wird mir noch sehr, sehr oft passieren Ist mir auch schon sehr oft passiert Aber Hey, Todesstern Fast vorbeigelaufen Ich habe auch das mal nichts gehört Nur eben lauter machen bei mir Blender Hängen wir uns alles auf für später Ähm, ich werde trotzdem mal so einen Kampf zeigen Bei mir, was aufgefallen ist, was ich gar nicht erwähnt habe Und zwar, erst mal machen wir die Luftschützen fertig Naja Dieses Was soll es sein? Für mich ist es immer noch ein Motorrad Ähm Dieses fliegende Motorrad Hat ja die Attacke Dauerfeuer Man sollte Ja, das hast du gut gemacht, Hope Äh, Snow dann als Verteidiger entsetzen Denn sonst Würde man sterben Ich glaube auch Snow würde sterben Aber vor allen Dingen Hope Deswegen, äh Am besten dann provozieren Und Schutzsphäre Oder so müsste das sein Lockattacke So Dann wird uns auch ganz sicher an Wenn wir sie jetzt zweimal provozieren Und zweimal Schutzsphäre Sphäre Und jetzt Überleben wir das Mwahaha Idiot Ja Das wollte ich mal gezeigt haben Kurz erklärt haben Es ist mir im letzten Kampf eingefallen Als da Dieses Ding da war Motorrad Was steht dieses KG eigentlich Kann man das irgendwer sagen Das ist wahrscheinlich Das ganz Simples Und ich ärgere mich Dass ich nicht drauf gekommen bin Wenn es mir irgendwer sagt Aber ich hab Keine Ahnung Ja los Bäm Mit Rohrgewalt Zerstören wir Technik Ha Ja Dramatischer Sprung Äh Soll das Schienen sein Ja oder Wie bei GTA Dann kommt ein Zug Und weg bist du Das macht Spaß Aber Die Züge sind unzerstörbar Oder Gut das Hat auch der alte Mann Von den Ähm Panzern in GTA San Andreas Erzählt Ah ich werd Voll Geblendet Oh Sonne Warum kann nicht wieder Winter sein Da schien die Sonne nicht so stark Ist hier noch irgendwie was Ähm Ne Ich hoffe mal nicht Hoffe ich I hope so Komme ich von hier Nein Nein Der Weg ist richtig so Stellt man sich einmal Ein ganz kleines bisschen blöd an Und so ein Kampf kann Ewigkeiten dauern Oh Mann Speicherpunkt Och Nö Irgendwie hoffe ich Dass es das heißt Was ich denke Dass es heißt Aber irgendwie hoffe ich es auch nicht Weil dann gleich ein Kleiner Bossfight kommt Ähm Ja Rüsten wir ihn um Er muss nämlich als Ach der war ist doch schon Nein nicht Ach ganz ruhig So Er muss nämlich als Verteidiger Oft fungieren Und Paradigmen Und Paradigmen Haus Yay Hooray Nein Ich glaube gegen den Gegner kämpfen wir sogar Zweimal Meine ich Was habe ich gesagt Er wird als Verteidiger Fungieren Er wird nicht als Verteidiger Fungieren Deswegen Soll er den Silber Am Ref haben Ja Ja die Paradigmen Sind richtig so Eigentlich Es muss Keine Einstellung So Das Datenlog Finde ich Prinzipiell Nicht schlecht Aber Nichts ersetzt Einen NPC Der einem langweilige Sachen erzählt Die man nicht hören möchte Ähm Krustarium Wo war ich denn stehen geblieben Irgendwas habe ich ja nicht Voll bekommen Was hier Nein Unwichtig Erstmal Nein Dann muss es Zwangsläufig Beim Heiler gewesen sein Genau Na gut Holen wir uns ein paar Angriffspunkte Wow Genau das braucht Hope Angriffspunkte Hm 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 Speichere ich schnell Mann Stimme Krack Krack Waaah Naja Ist ja auch egal Geht irgendwann wieder weg Irgendwann muss es weg Es wird schon besser Ich weiß nicht ob ihr das gehört habt Wahrscheinlich Es war nicht schön Hm Ja Doch Passt noch rein Eigentlich Ich wollte dir etwas fragen Was ist das? Du sagst, dass du eine Familie Was wenn Was wenn sie von dir wurden von dir Well, dann Ich nehme sie zurück Und was wenn du nicht Was wenn du Ich wusste, wer was zu blämmen Well, dann Dann wäre es Probleme Hey Aber er hat doch nie einen Plan. Er ist ein Held. Äh, Metafähigkeit, Analyse. Hopp, wird das mal Protest auf uns zaubern und... Genau, Ex-Foi. Führt verherrende Feuerelementare Angriffe aus. Und dann wird unsere Resistenz-Feuerattacken gegenübergestört. Ich kann ja schon mal angreifen, ne? Kann ja nicht schauen. Los, Protest. Hopp, hopp. Dankeschön. Na, machen wir lieber noch. Das andere darf immer die. Keine Ahnung, wie's heißt. Hahaha. Ich weiß nämlich nicht, ob er magische Angriffe kann oder ob irgendwelche jetzt magische Angriffe zählen. Und jetzt klopft mir drauf. Für das Erste. Ja, Saltohaken ist schlecht. Definitiv schlecht. Aber egal. Solange er uns nicht in der Luft hält. Das Gegner, glaube ich, gar nicht können, soweit ich weiß. Oder ich mich recht erinnere. Ja. 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 Ushungal-Domitur. Oh, Scheißname. Jetzt hauen wir drauf. Nein. Nicht mit. Wem? Der hier steht. Ja. Ah, genau. Schockwert. Und Serienresistenz müsste runtergegangen sein. Ich gucke mal unten bei den extra Informationen. Ich bin auch voll verwirrt. Also ich bin sowieso verwirrt. Aber ich hatte Kopfschmerzen, weil ich Pflanzen gegen Zombies gespielt habe. Das Spiel ist so geil, aber... Ow. Wenn man das irgendwie seitdem man es hat, bin ich in der letzten Stufe 3-6. Wow. Das geht ohne Scheiß. Voll an den Kopf. Das tut nachher echt weh. Ich hatte Kopfschmerzen davon. Aber es macht tierischen Spaß. Mach ich auch. Ich brauch Killerpflanzen, wenn die Zombie-Apokalypse kommt. Ich bin im Übrigen überzeugt davon, dass es irgendwann eine geben wird. Irgendwann. Irgendwie hoffe ich dabei zu sein, aber irgendwie auch nicht. Ich meine, es ist scheiße. Die Freunde sterben immer zuerst. Zum Glück habe ich niemanden, den ich so wirklich liebe. Denn die würden ja sowieso zerstören. Na, los, stirb. Hopp, hopp. Das sah jetzt verdammt einfach aus, aber ich hatte beim ersten Mal Probleme damit. Ich musste ihn zwei oder drei, ich glaube sogar dreimal schocken, weil ich es nicht auf die Reihe willkommen habe. Dämon schwinge. Hey ho. Oh, ja. Oh, ja. Wenn du eine Pause hast, dann machen wir es da. Hier. Ich bin nicht fachlos. Okay. Ich will nicht es nicht verraten. Mami? Mami? Mami! Ich kann nicht... Snow? Was planst du zu machen? Ich muss wissen. Ich habe gesagt. Schrauben Sarah. Schrauben Kocoon. Und haben mich eine große, happy Familie. Aber es ist ein langer Weg vor. Oder vielleicht nicht so lange. Whatever passiert, Dinge werden sich selbst ausführen. Selbst wenn du Lassi bist, musst du weiter kämpfen. Ja. Und was ist das, wenn du die Leute hinter dir involviert? Was? Was passiert, wenn deine Aktionen verletzt werden? Was? 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 Was ist meine Falt? Was ist meine Falt? Ich weiß nicht, wie sich das zu lösenst. Was klären Sie? Was hängt aus? Ich schaue mich. Und fortbezunehmen, bis ich die Antwort haben, die Antworten. Da gibt es keine Antworten. Was ist das, was du bezelt? Warum erzählst du mir? Sie sind die Antworten, Nora Estan, sie war meine Mutter. Und sie stirbt wegen dir. Du? Du bist diejenige, die sie liebte? Und jetzt ist er gestorben. Jetzt brauchen wir einen neuen Charakter. Nein, natürlich ist er nicht gestorben. Das wäre ja was. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich eine große glückliche Familie gründen wird. Lightning steht immer noch im Weg. Also, aus seiner Sicht glaube ich nicht, dass sie das gut finden würde. Aber naja, mit diesen dramatischen, für mich irgendwie auch unnötigen... Ja, wenn er deinen Satz richtig, keine Ahnung. Ja, fahren verloren. Egal. Ähm, tschö. Bis zum nächsten Mal. Ja.